Es ist ein sehr besonderes Spiel für mich, da brauchen wir gar nicht drum herum reden, aber im Endeffekt geht es in den 90 Minuten wieder um die drei Punkte und die wollen wir natürlich für uns einnehmen und von dem her, ja, es schauen einfach mehr Freien zu als hier in Alltag, weil es einfach von daheim der Weg einfach ein bisschen weiter ist. Die Welt ist ein eigenes Spiel, das ist ein eigenes Spiel. Die Welt ist ein eigenes Spiel.